Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Kuriosa über den Weltraumbahnhof der ESA Die europäische Weltraumorganisation ESA betreibt einen der faszinierendsten und technologisch fortschrittlichsten Orte der Welt, den Weltraumbahnhof Guayana in Kourou, französisch Guayana. Hinter den schweren Türen des Komplexes verbergen sich Kuriositäten und Geheimnisse, die selbst die größten Science-Fiction-Autoren ins Staunen versetzen könnten. Werfen wir einen genaueren Blick auf einige bemerkenswerte und weniger bekannte Kuriositäten dieses epischen Standorts. Von Ingenieuren und Technikern bis hin zu Wissenschaftlern und Verwaltungsangestellten arbeiten alle Hand in Hand, um eine nahtlose Kooperation zu gewährleisten. Diese internationale Gemeinschaft bildet das Rückgrat des Erfolgs der ESA und zeigt, dass Wissenschaft und Technologie globale Erfolge sind. Die unsichtbaren Helfer. Tiere am Weltraumbahnhof. Kurios, aber wahr, Tiere spielen eine überraschende Rolle im täglichen Betrieb des Weltraumbahnhofs. Beispielsweise sind Vögel ein häufiger Anblick und können die Sicherheit der Raketenstarts beeinträchtigen. Um diese potenziellen Störenfriede in Schach zu halten, werden speziell ausgebildete Greifvögel eingesetzt, die die Startbereiche bewachen und Störungen minimieren. Dies ermöglicht es der ESA, ihre technische Expertise kontinuierlich zu erweitern und neuen Herausforderungen gewachsen zu sein. Umweltschutz. Ein Balanceakt. Obwohl der Weltraumbahnhof in einem sensiblen Ökogebiet liegt, ist sich die ESA ihrer Verantwortung zum Umweltschutz sehr bewusst. Eine Vielzahl von Maßnahmen, wie etwa der Bau von Schutzdämmen und Abwassersystemen, sorgt dafür, dass der ökologische Fußabdruck so klein wie möglich bleibt. Zudem werden regelmäßig Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass Flora und Fauna minimal beeinträchtigt werden. Fazit Der Weltraumbahnhof der ESA in Kourou ist ein Paradebeispiel für die Symbiose von fortschrittlicher Technologie und strategischem Denken. Die einzigartigen geografischen Vorteile, die innovativen Architekturen, der interkulturelle Teamgeist und das Engagement für Umwelt und Sicherheit machen ihn zu einem faszinierenden Ort, der weit mehr als nur ein Startfeld für Raketen ist. Er symbolisiert, was erreicht werden kann, wenn Menschen über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, um das Unmögliche möglich zu machen. Autorin Anita Farke Montag, 22. Juli 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.